Die Endnote für diesen Sony Artikel ist 9 von 10 Punkten. Es ist das exklusivste in dieser Auswahl. Seine Hauptfunktionen sind Gesichtserkennung, Autofokus, Bildqualität, Touchscreen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die von unserer Redaktion vergebene Endnote für dieses Panasonic Produkt lautet 8.8 von 10 Punkten. Es ist das am meisten gewünschte. Seine Stärken sind Zoom, Bildqualität, Touchscreen, Autofokus, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Panasonic hat ein Produkt hergestellt, das wir mit 8.6 von insgesamt 10 Punkten bewertet haben. Es ist der Bestseller. Hier sind seine besonderen Merkmale. Zoom, Touchscreen, Bildqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Genauigkeit, Qualität, Haltbarkeit. Den Link zu diesem Produkt mit allen Informationen und dem aktuellen Preis finden Sie am Ende der Videobeschreibung. Dieser Artikel von Panasonic wurde mit 8.8 von insgesamt 10 Punkten bewertet. Es ist das Produkt, das am häufigsten verschenkt wird. Die Stärken sind Bildqualität, Autofokus, Bildstabilisierung, Touchscreen, Einfach zu halten, Qualität, Haltbarkeit. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Sony hat ein Produkt hergestellt, dem wir eine Gesamtbewertung von 8.8 von 10 Punkten gegeben haben. Es ist das offensichtlichste aus dieser Auswahl. Seine Vorzüge sind Autofokus, Bildqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und den Preis für diesen Artikel erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Gesamtnote für diesen Sony-Artikel lautet 8.8 von 10 Punkten. Es wurde mit 2509 Bewertungen am häufigsten in dieser Kategorie ausgewählt. Die Stärken sind, für unterwegs, Qualität, Haltbarkeit, Zoom, Bildqualität, Autofokus, Bildstabilisierung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Hier ist noch eine Geschichte. Seine Vorzüge 됐 haben wir den Bierinter Konzin Montag